Ich glaube die sind warm, ja, ich nicht. Ich glaube auch, mir nicht. So, starten mit Granate. Kevlar braucht man nicht, Kevlar ist was für... Geist! Ja, jetzt, theoretisch halt nicht so. So, ich mach Gläder. Ich glaube halt nicht, dass die so vom Kopf zielen, muss ich das sagen, wie es ist. Wer ist denn ganz am Ende? Oh, sorry, sorry. Hey, warum schaust du nicht, Budi? Er ist da. Ich flash mal da hausse. Er ist echt warm, er ist warm vor mir. Wo hat er? Der, wo die Blutshell dort liegt. Er ist ja direkt im Zucker. Na da, das sind Mäht. Da sind wir fast da. Bin schon wieder auf Rechtsklick gekommen, wie auch immer. Ja. Kriege ich jede Runde wieder neues Geld, oder ich... Äh, nein, irgendwie anders. Aber wir kaufen jetzt, glaube ich, nichts. Ach so, ja gut, das ja. Wir können einfach... Ach so, ja, wir können da gerade so Zirash. In CS2 gibt's jetzt halt das coole neue Menü. Ich kann schon Sachen wieder verkaufen. Ja, das ist praktisch. Diese Nux. Haha. Bereit. Haha. Scheiße. Ja, der Headshot von dir war schon strong. Die sind beide dort drinnen. Die sind links, aber rechts. Ja, ja. Jetzt tiegelst du ihn mal an hinein. Schauen wir mal. Spielt Schock? Will ich es cross, ja? Ja, das ist Standard-Cross. Ja, das muss ich einfach mal so drinnen lassen. So. Komm. Der ist nach rechts. Hm. Walder vor Walder. Der hätt, glaube ich, M4-Kette ane, der ihn gerade ane geschossen hast. Ah na. Mein P. Der rennt eh weg. Das habe ich mir schon gedacht. Traurig. Was ist das für ein Sohn? Den höre ich auch nicht. Er ist ausgestattet. Ich muss die Leute nicht unterstützen, die Geld ausgehen für das Spiel. ? Jaaa, Bumm Was machst du denn da? Warst du denn? War gehört zu rechts protected? Schau rechts dahin Vine links, ist dein... Ench jetzt Ich schaue noch immer rechts Du musst links schauen gell? Nichts, muss ich gerade mal rum Also rechts Ja, so eine Dächer will ich immer zum Ziel erhauen. Mir fällt die Kiste in Valorant. Hä? Ja, jetzt stehen wir da drüben. Oh, nice. Das ist ein One-Way-Smoke. Ein One-Way-Smoke für die Gegner, leider. Wie lange ist der Smoke aktiv? Nein, ich habe noch. Der ist offen. Ah ja, perfekt. Ah ja, der steht da schon rechts drin in dem kleinen Kabel. Das war fast voraussehbar, leider. Ja, das ist meine AK. War ich den drauf oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Weißt du, die spielen das... Ah, das hört man nicht. Alles klar, auf die gleiche Seite. Ja, der ist glaube über dir. Die spielen das viel, 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 viel... Sicher schwätzen die da hinten, die Boys. Ja, die schwätzen grusig hinten. So, also in dem Fall müssen wir jetzt eh kommen, oder? Praktisch. Hm. Das hast du nicht. Scheiße, ich habe was gekauft. Ich nicht. Ja, ich schon. War aber dumm. Kann man jetzt da durchladen? Schon gemütlich. Und auf B-Plan, oder? Nein, aber da kannst du runter springen. Kann man nicht, kann man nicht. Da gibt es immer Schauer und so. Alles klar. Okay, der aimt nur das Eck. Ich habe schon seit eine Viertelstunde. Okay. Er ist da links, du weißt, wo der Kasten ist? Ja. Ja. Warte. Ja. Ja. Ich denke, dass ich da bin, weißt du? Das ist ja das Arge. Ja, das ist ja du bei uns, oder? Ja. Das ist ja du bei uns, oder? Ich vermute, der... Er hätte auch laufen können. Ja. Ja. Schade. Das hätte ich bei dir nicht vermutet. Ich dachte, die stehen jetzt beide dort und aimen richtig. Das wäre jetzt ein Tryhard und welchen AK-Alter, wer spielt AK-Alter? Jetzt in dem Fall. Sollen wir einfach mal schleichen lang durch und gehen durch? Oh Gott, das ist ein dummes Spiel, ja? Ja, ja, ja. Hören die wirst du von da schon, weißt? Ja, 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 doch. Nach rechts haben wir schon. Und Flash. Wie ist sie? Ich habe keine Granaten gekauft, ich schaue eine Link. Ich schaue. Warte, ich Flash und rechts ist sie. Und dann laufen wir. Wir müssen rechts auf den Bombspot. Ah, ich zeige aber den Typ, oder gar mal. Ich glaube, der ist schon durchgepusht. Zeige ich, weil der andere schon durchgepusht. Kann schon sehen. Keine da rauf hin. Du hast ein Schiesser, oder? Ja, aber du hast Bambi, gell? Das ist blöd. Ich lente da. Der weiß jetzt mal wo du bist. Der blieb doch in der Ecke, ne? Weil so keine Idee von einer Seite beschützten Booty. Außer wenn der Kloscher bei mir richtig ist. Er ist unter dir. Was jetzt zwar nicht ganz, wie der da rundum gekommen ist. Ja wahrscheinlich, er ist rundherum gelaufen. Bei größerem Spawn doch. Ah fuck, jetzt habe ich verkauft. Ködergranate kauft. Die sind richtig, ja. Jetzt faken wir da. Guck. Easy peasy. Hier. Er traut sich. Ich traue mich. Ich schaue rechts. Ich schaue rechts. Oder links. Wir kommen jetzt da raus. Können wir nicht, der links durch. Links, links. Oh, ich habe einen Step gemacht. Ach, er ist da rechts von uns gestehen im Eck. Was ist I und AK? Das ist gar nicht wirklich. Jetzt musst du mit dem Mini-Map spielen. Gotcha. Ich sah das nicht. Ich wollte gerade sagen. Ach, er ist sogar noch da oben. Da war schon kein Ziel auf der Leiter, oder? Da kann ich es sehen. Äh, wenn... Ja, nein, ich nicht wirklich. Ja, das ist schwierig gesehen. Aber I und AK, das... Uh, P90 Rush. Easy. Ich schmiss eine Rauchgranate da beim Zug nach rechts und du schmiss eine nach links und dann... Ja, das kann ich nicht machen. Falscher Eingang. Lauf dir gut da auf Dray. Ah! Ah, fuck. Verstecken wir es einfach da im Eck. Ich glaube, da sind wir safe. Ja, und jetzt weiß es wo. Ist das ein... A City-Map? Keine Ahnung. Oh, wann ist da rechts? Jetzt brauchen wir rechts, oder? Ah nein, ist auch noch rechts für dich. Nice. P90. P90 Gang. Easy. Und Bomber geplantet. Für mehr Kohle, oder? So gut. So gut. Jetzt haben sie Angst. Jetzt haben sie keine Chance. Jetzt wird wieder geschwitzt wahrscheinlich. Jetzt wird wieder geschwitzt. Jetzt schauen wir zuerst, dass sie ihre Abilities ausgehauen. Okay, AWP. Schade. Das ist nicht gut. Ich bin auch schon wieder hängen blieb an der Pappplatte, die man da hingestellt hat. So weiß ich komplett wo man so aus ist. Warum kann ich mit Mausrad nicht einfach... Fittst du mal mit Mausrad? Ja, ja. So dann hast du es abgeschaltet. Nein, ich kann schon wechseln, aber es wechselt halt immer durch, weil es so viel zum Auswählen ist. Und das kann ich nicht. Ah. Das bin ich zu blöd. Ja, da kommt der Ding aus dem Ding hier raus, oder? Eigentlich. Aus dem Cabri da drin. Du 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 du. Wie kann ich da eigentlich? Ei ohne... Ist echt der Pinder da? Entbomben, oder? Das ist natürlich oben in den Haus. Schade. So und jetzt wird gewechselt. Jetzt sagen wir denen was für ein CT Map das ist. Mal richtig hingeschwitzt worden zuerst. Okay. Did you save a VP? Sorry I clear. Oh... Ah, ich bin viel wie dahinter. Fede Eingang. Ja. Ich schleiche mich an. Zeig mal was passiert. Habt noch Zeit. Ui. Verstehen Sie, wie es so zwei Homos da war. Ja, hallo, hallo. Das war so ein Wort für cool. Wir haben jetzt einen Entschärfungskick, wo das Bescheid war. Perfekt. Oh, let's go. Ich bin viel zu langsamer da. Ich bewache wieder den normalen Eingang dort. Und, sind Sie dort? Ja, der andere ist mir dort. Der andere ist bei mir. Ja, wenn du einen Scout hast, will er sicher die holen. Was? Ich denke, er nur rechts, links ist noch nicht. Wo der kommt? Er kommt von links. Er kommt vom Cabi. Er ist auch an ihr sagen. Er ist ein Hit. Huch. Tja, ich hätte sagen. Wir können gut in der Ecke miteinander gammeln. Gammeln, das können sie. So, jetzt müssen wir mit Granaten das gut machen, da. Ich hau ja nicht mehr Feuergranate um, damit sie es richtig... Push, push, push. Let's go. Ich habe rechts eine Granate umgeschmissen. Ah, noch ein Hit. Ah, noch ein Hit. Ich habe die Bombe. Ich habe die Bombe. Nice. Er ist immer noch ganz rechts. Smoke. Okay. Nice. Easy. Ich nehme die Waffe auf? Ja. Okay. Ich bin einfach zu einem rumgerannt und... Der Rest ist Historie. Auf wie viel geht denn das eigentlich? Auf 8, glaube ich. Oh, den... Hätte ich schon nicht gefragt. Macht er das jetzt einen Druck, oder wie? Ja. Wir pushen durch. Ja, ja. Ein Run and Gun, Alter. Ja, ja. Mit der MP. Oh, der ist schon... Boah. Fuck. So close, Alter. Dann wird er den ganzen Tag geschlichen. Ich glaube nur noch die Taktik. Ah, einer ist da hinten bei mir close. Da war die Bombe, ja. Ah, der kommt hier auch dahinter bei dem Ding. Ja. Okay. Äh, One-Hit. Die 72 kann ihm gehen. Ich müsste One-Hit sehen, oder? Ah, das kann gut sehen. Okay. Oha. Weckst du's drauf an? Ja, ich glaube. Ich hab mir gerade einen Molly da drüben geschmissen. Hier ein deinen рассказ. Da ist der Schein! Da ist der Schein im Gebiet. Schi- have weg. Das ist ja aber blöd, wenn er die gsauert, ne? Aber nicht, wenn er halt nicht zielen kann. Au, du hast die Fusing Kid nicht dabei! Hab ich nicht gekauft. Du kannst es im inneren Leiche holen. Dann schick ich mir jetzt meine Erstaub nach. Die Fusing Kid ist ja vom Terrorist gelagert. Oh, jetzt muss ich wohl alleine verteidigen. Ich werde wohl wieder eine Sprachnachrichtlinie denieren. Alter, okay, was wird alles jetzt verstanden? Könnten schon durchsehen, was es nicht. Ja, einer ist durch, direkt Bomberplatz. Ja? Ja, der ist schon durch, der... Nein, ich kann es nicht sehen. Naja, ich weiß mal, wo wollen wir hinschucken. Ah, und einer ist Onspot. Scheiße, der hat man in der Decke. Kann ich mal Onspot. Ohohohohohoho, aber die haben wir jetzt zerlegt. Neee. Was wird meine Er... Mit der Fusing Kid, gell? Das ist erstmal gemütlich. Da geht er nach der Umrode, wer... Und sich wegschwenge. Ich werde erraten, darf schnell. Oh, die Zeiss haben jetzt tot. Ja, das war ein schöner Schuss von mir. Du musst mich jetzt gerade selber loben. Ja, der war... Es ist All On Offing, glaube ich gerade. Echt? Ja, den müssen wir kurz pushen. Ich bin mir nicht sicher. Die hat geflasht. Ja. Boah, ich hab auch einen. Nice. Ist er auch? Oh, der ist links, der ist links. Okay, komm. Der ist auf der linken Seite. Da hat die Flaschen. Links kann ich da, oder? Ja. Ich hab den geküscht, den da, oder? Nice. Ja, vielleicht geht's auf 9. Nein. Oh, okay. Ja, jetzt ist gerade auf 9. Entschuldigung wird jetzt unentschieden. Sorry, wrong Info. Oh, das weiß ich nicht, ob es unentschieden wird. Aber die haben mal... ...safe-Round gemacht, also. Ja, einer ist normaler Eingang. Ja. Ah, noch nicht. Andere Sache noch nicht da. Der ist unter denen. Er ist, äh, low. Okay. Er ist wahrscheinlich oberhalb, Waggon. Vielleicht. Nein, ist hier noch nix. Vielleicht rotiert er rund um, gell? Ah, tsch, tsch. Tsch, tsch, tsch. Nice. Well, that wraps up another one. GG. Ja, fallen. Game. Hat der wohl verdient mit dem Namen? Aber ja. Den haben wir noch. Anschluss. Aber. Bist du da? Ja, zu dir. Bist du da? Also, drehen. Vielen Dank.